Und damit Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf SurPace. Heute mal wieder Survival Games auf der Klasse für Endgame. Endgame-Map-Game. Endgame-Map-Game. End-Map. Genau. Ich bin jetzt irgendwo hingerannt. Wo bist du? Ich hab keine Ahnung. Ich hab ein Schwertschwert. Ich weiß es. Ich hab... Au, ich hab sogar ein Schwert. Nicht schlecht. Aua, der Fallschaden. Rainbow, ey. Willst du aber probieren? Dein Tumperrun da hinten. Nice Tumperrun. Oh mein Gott, hier ist ein Stein. Die war noch nicht gelootet. Die war ein Steinschwert drin. Lol. Kommt sie mir, kommt sie mir, kommt sie mir. Robi! Ja, warte, warte. Ich komm, ich komm, ich komm. Renn ein bisschen nach links. Ja, links. Genau. Okay, warte, der geht auf mich, der geht... Uiuiui! Alter! Was? What the... Holy shit! Fuck. Was hast du denn da grad kassiert? Keine Ahnung, Alter. Ich glaub drei Hits war so und ich war weg. Naja, wir sehen uns in Runde 2. Bis gleich. Bis gleich. So, Runde 2. Äh, mal schauen, ob's diesmal besser läuft. Als grad eben. Weil grad eben haben wir ja schon hart gesackt. Mhm. War schon, also vor allem ich hab irgendwie... Ja, keine Ahnung, was ich da gemacht hab. Hm. Uh, geht der... Oh, warte, da komm ich nicht. Ei, ei, ei. Wir sind hinter dir, aber da kommt... jemand, also... Ich bin in irgendeinem Haus drin, keine Ahnung. Ich suche da rein. Aber ich bin wieder raus. Kann sein, dass da jemand hochkommt gleich. Ich hab' ne Angel, ich werde sie benutzen. Ich hab'n Schwert, nice. So. Gibt's hier noch was? Nee. Uwe, uwe, da ist jemand. Ich hab' halt bisher eine Kiste gehabt, Mann. Wie? Ich finde keine Kiste. Aua. Da ist jemand. Und Schuss. Nice. Gehen wir ran. Oh, was? Oh, was? Bastle ich mit meinen Rüstungen auch zusammen? Ich hab' überhaupt nichts in Rüstungen. Ich hab' ne Ahnung. Nice. Ist doch schon mal was. Ähm. Ähm, bist du das? Ich bin ganz, ich bin ganz woanders in der Südzeit. Okay. Ich bin, weißt du wo das Schiff ist? Ähm. Ja doch, ich glaub' ich weiß es ja. Ja, ich bin bei dem Frack gerade, was am Land liegt, bei dem Landschiff. Geht dann aber gleich auch raus auf das Wasser. Ich soll's doch hier erkunden. Mhm. Ja, ich nehm' auch noch die Insel mit, die da ist und so. Da sind auch noch zwei Kisten drauf. Mhm. Wo noch keiner war. Oh, Eisenschwert. Oh, nice. Sieht schlecht aus hier. Ja. Lol. Eisenbrustpanzer. Läuft. Ich hab' Kette, glaub' ich. Und noch ne Kiste. Goldschuhe. Ja. Vier Fläschchen. Drei Level. Läuft auch. Ähm. Ich wusste gleich, dass man so easy auf diese Dächer kommt hier. Voll geil. Können wir eigentlich voll den Ninja-Angriff von oben starten? Hm. Können's ja mal probieren. Ach. Grad dreigt sich noch nicht so. Sollen wir uns irgendwo treffen, oder? Ich bin immer noch bei dem Schiff, aber da war grad einer. Okay. Und dann will ich jetzt eigentlich mal kurz äh... Alter. Irgendwie würde ich das schon gerne probieren, so von oben einfach. Wie so'n Assassine. Uh. Nice. Bisschen Rüstung. Aber wenn ich davon die Hälfte schon hab, man. Was sind die jetzt hin? Ich glaub ich hab's verloren. Wo komm ich da noch rüber? Ja. Wo soll ich den Sock gehen? Woll locker. Easy. Warte. Ich erinnere mich wieder richtig. Es gab irgendwie ein Jumpin' Run hoch auf die Segeln. Oben waren Kisten, oder? Oder auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Ja, das ist ein 2er Team. Ist schon schwer. Ja, weißt du wo das Schiff ist? Das große. Ja. Ja, ich komm einfach jetzt hin. Scheiß auf die. Oder chill ich mir grad mein Leben quasi. Großen Schiff. Ja. Ich komm. Ähm. Ich hoffe mal ich laufe in die richtige Richtung. Sogar einnehmbar aus Equipment. Ja, ja, das ist er. Aber da kommt gerade einer. Ich nicht. Okay, der Typ hat's auf mich abgesehen. Ich bin, ähm. Ja, gerade ins Wasser gesprungen. Okay, ich spring jetzt auch. Oh, da war ne Kiste noch. Und der ist mit... Ah, der hat ne Dia-Brust! Alter, ich bin voll zu nem Teamkart hingesprungen. Fuck. 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 Das war... Das war dümmste Move. Muss ich verstehen, warum der Typ ne Dia-Brust hat? Oh, fuck. Aha. Ja, das war der dümmste Move von mir. Helf mir mal bitte. Wo bist du denn? Ich bin mitten auf dem, auf dem Wasser. Ja. Ja, ich hab hier grad'n Typ mit Dia-Brust, ne? Ja, ich hab... Vierherzen. Ja, ich bin down. Müssen sich jetzt so lang. Holy shit, man! Warum ist das hier auf einmal so schnell? Alles klar! Warum hat er denn die Dia-Brust? Was läuft bei dem denn schief? Das ist ein behinderter Move von mir. Ohne das... Naja. Etwas tiltet. Runde 2. Lief genauso geil. Ja, jetzt bin ich da. Nächste. Ja. Gut. Runde 2. Lief genauso geil. Naja. Haa! Alter! So ein Pfeil ist grad ein Mini! WTF? Als ob... Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein.... Alter, ich hatte ein Herz, ne? Und da ist ein Pfeil, direkt vor meinem Gesicht so runtergefallen, einfach nur. Ich hab ihm Tod in die Augen geschaut. So, bis jetzt fertig darf ich Abmord machen? Gerne, gerne. Ja, Runde 2 lief genauso geil wie Runde 1. Jo, let's try and do not try this again. Erstmal kein Survivor Games mehr. Läuft nicht. Nicht so. Naja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und ja, wenn nicht, dann nicht. Abo nicht vergessen und bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video. Tschüss.